Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute mit der Late Night Edition. Wenn wir hier raus gucken, alles dunkel. Ja und wir legen jetzt los mit schlafen. Ja, als erstes legen wir uns schlafen. Wir fangen an mit schlafen, was eigentlich immer recht gut ist. Ja, Schlaf ist wichtig. Mach mal. Allgemein eine gute Idee. Licht aus. Ja, das brauchen wir ja im Pack nicht. So, was gibt es denn heute zu tun? Ich habe Eisen in der Tasche. Oh, das ist schwer, solltest du ablegen. Hm, gleich mal den Ofen. Also nicht Eisen. Wie wäre es mit Frühstück? Warum liegen hier eigentlich Holz im Ofen? Weil hatte ich mal zum Brennen gebraucht, glaube ich. Ach nee, das ist guter Holz. Aber Frühstück, Melone. Ist doch ganz schön. Ich habe Brot. Oh. Was will ich mit deiner Schüssel? Ich weiß nicht, was sie damit tun. Ich lege sie mal hier zum Omnomnom. So, ja hier runter. Oh, ist ja leer. Nein. Jetzt gucken wir doch mal, wie weit ist denn quasi... Ach ja. Ich erinnere mich, wir brauchen Sand. Wir haben zwei Schaufeln. Na ja, gut. Erde und Fels, weil es mir gefällt und Bahnhofdachbau waren die letzten Erinnerungsschilder. Ach so. Mhm. Wo, wo, wo stehen denn die denn? Im Bad. Uh. Neben dem Erdblock. Ach so. Durch den Block der letzten Folge. Mhm. Er ist weg. So, dann werde ich mich mal die Arbeit machen bezüglich der Erde. Die erste Schaufel ist gebutt. Sehr gut, wenn man nur ein komplettes Plastikwerkzeug kauft. Ach, das ist... Ja, hier ist Wasser. Was ist denn denn für ein Wasser? Äh, zu, 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 zu. Zu. So, mal sehen, wie viel Sand man jetzt hier irgendwie wegbekommt. Hast du noch Holz dabei? Ja. Oh, sehr gut. Da könnte ich ein bisschen was gebrauchen. Für... Freunde. Wie gesagt, ich will ja... Das ist völlig egal. Irgendwelches Holz. Kommst du zum Sand, Mensch? Dings? Wo ist denn der Sand, Mensch? Na hier, Sandabbauung. Die Erde hier, hier unten. Hier, da sind die Sand. Ah, da siehst du. Ah, da, da ist der Sand. Und Skelett. Na, das machen wir nachher. Aua. Da. Oh. Ach, ganz schön. Ganz schön. Ja, da sollten wir dann aufpassen. Ich bin praktisch hier über dir. Wat? Da oben. Hallo? Ich sehe nicht. Und wie soll ich jetzt das dort hochwerfen? Ach, da bin ich, da bin ich. Wieviel brauchst du? Ja, für ein paar Zäune halt, also... Ja, das reicht auf jeden Fall. Hier ist noch Sand. Irgendwo hier hinten zwei, gell. Ach, die... Das ist doch der Glückssand. Ach, der Glückssand. Jep. Wenn da mal die Sanddauer abhift. Jep. Oh, ach, schon wieder ins Wasser. Hier kommt überall Wasser durch. Ja, schon Mist. Hier kommt überall Wasser durch. Was ist hier eigentlich? Wir müssen niemals schützt sein. Ja doch, das geht noch. Oh, das geht noch. Gesteinblöcke halten für länger zum Sand abbauen. Billige Schaufeln. Hm. So, wo haben wir denn noch die Möglichkeit? Hier auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Sandspot. Ja, ist langsam ziemlich erschöpft. Ah, hier ist auch noch ein bisschen Sand. Ich nehme jetzt hier alles an Sand mit, was geht. Ja. Der wächst zwar schon halb im Dschungel, also wächst bzw. hat sich da hinwehen lassen. Es ist ein Wachssand. Wachssand. Zeichnet er sich jetzt durch die ausgezeichneten Verbrennungseigenschaften aus oder was ist Wachssand? Äh, er produziert Wachs praktisch. Er produziert Wachs. Hier. Lass uns, äh, Sandkerzen verfirmen. Äh, also vermarkten. Verfirmen. Wir verfirmen mal wieder. Jep. Bussi. So, ein bisschen Zaun zum Bauen. Lass uns solche schlechte Zeit nicht trauen. Ach. Was? Grausam. Grausam. Das kannst du nicht bringen. Ne, wirklich nicht, das muss aufhören. Sonst kriegt man noch Probleme hier mit den Behörden. Ach, die Behörden. Wie viele Freunde hast du eigentlich auf dem Arbeitsamt? Ach, das zähle ich schon gar nicht mehr. Nee. Nee, nee, das ist... Ich bin praktisch Stammkunde. Ach so, Stammkunde. Wenn ich hingehe, da geht's gut. Ach, der Algor wieder. So, erweitern, erweitern, erweitern. Großes Feld. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Glas. So, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und was macht das denn hier drin? Und nochmal. Und bei 20 brauchen wir, glaub ich, 3 Kohle. Und jetzt, äh, was haben wir denn noch dabei? Wir haben noch viel dabei. Also nochmal ab nach unten. Was mir grad einfällt, wäre eigentlich mal eine Idee eigentlich. Schneller. Ja, könnte man machen. Wo, wo, wo? Ah, hier. Sehr schön. Das müsste eigentlich sogar reichen. Oh, Mist, ich hab hier jetzt Wasser abgedreht. Nein! What? Ah, nee. Sollte natürlich jetzt nicht passieren eigentlich. Aber naja. Ist kein Problem, fülle ich mich wieder auf. Ach, der Dschungel nervt. Der Dschungel nervt. Der Dschungel. Er ist so waldig. Mhm, ja. Kann ich bestätigen. Bleibt das Wasser da? Nee, bestimmt nicht. Passt das denn schon? Na, machen wir lieber mal hier unten noch weg. Ich baue nämlich grad einen kleinen, äh, Mann oder so lang. Einen, wie könnte man sagen? Ein Auffangbecken? Oh, für was? Wenn man von oben runter springt. Und keine Dianen dort hängen wird. Ja, das wär ja auch mal ganz traktiv. Ich glaub, ich muss gleich, äh, niesen. Oh, das ist ja ekelhaft. Mach das bitte nicht. Nein, 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 nein. Wieso ekelhaft? Ja, weiß ich nicht. Ich mag das nicht so wenig. Was? Leute mich anniesen. Wieso ich dich denn bitte anniesen? Ja, sitzen wir nicht direkt nebeneinander. Hallo? Nö. Gut. Sagen, 30 Kilometer Luftlinie. Hätte ich sonst auch Angst. Komm, gleich vorbei. Weil, ja, das, äh, möchte ich nicht hoffen. Oh, was ist hier jetzt? Mach ich eine Nachtwanderung mit meiner Laterne. Ach, müsste ich auch das natürlich ganz oben ver... Ach, ne doch nicht. Ja, mal sehen, ob das so bleibt oder nicht. Ähm. Oh, dort soll das Wasser nicht hin. Hier ist... Oh, ob die Melonen essen? Reicht an Wasser? Reicht das? Nicht... Oh, oh, ich hab's geahnt, dass das schon mal nichts wird. Ah, hier ist die Bastelkiste. Warum machen wir hier nicht eine Tür rein? Ja, das ist... ne Frage. Ich weiß ja grad gar nicht, wo du bist, aber... Mach mal, mach mal eine Tür rein. Ne, sieht blöd aus. Oh, schade. Aber auf jeden Fall... Wasser. Ich komm mich nicht so hoch. Mit 10 Blöcken schaff ich das? Hm, nein. Wut. Ja gut, funktioniert. So, da brauchen wir als nächstes noch das Glas. Wird ja ein mega riesen, oh, äh, Bahnhof. Ist ja eigentlich ein Bahnhof. Ist ja eigentlich ein Bahnhof. Mehr eine Zwischenstation. Obwohl, wir könnten zwei da... Mal sehen. Ich bin ja gespannt, was da...